So, das dazu. Jetzt vergleichen wir mal. Wir kriegen ja eine neue Rüstung. Die alte hatte 1% Healing und 2% Schutz und die neue hat auch 2% Schutz. Allerdings kein Healing. Ich ziehe sie trotzdem an. Einfach mal gucken. Achso, wir können ja noch den anderen Zeug vergleichen. Ach ja, und vom Licht her, 5 Licht, 5 Radius. Und der hier hat 9 Licht, 9 Radius, braucht aber Energie. Naja, also, wir ziehen den mal an. Da sehen wir schon mal relativ cool drin aus. Und in der Brustpanzerung haben wir jetzt 5 und wir kriegen 1,3% Healing. Da kommt das Healing dann her. Also, los geht's. Boah, wie gut ich aussehe in dem Ding, ne? So, und dann brauchen wir noch die Leg Armor. Und dazu fehlen mir 2 Lightbulbs, also 2 Glühbirnen, meine Güte und natürlich eine Stilbar. Was Stilbar hatte ich doch eigentlich hier noch drin, oder? Ach nee, das war Eisenbahn. Okay, dann machen wir uns da jetzt hier mal wieder zu. Das sieht nicht schön aus. Dann machen wir uns hier 1, 2, 3 Stilbars. Dann machen wir uns 1, 2 Lightbulbs, weil wir nicht mehr brauchen. Und dann machen wir uns auch noch den schönen Restrüstung. So, ich glaube, ich lasse die andere Rüstung einfach da, wo sie ist. Weil ich keine Lust habe, mir die Metal, die ist ja im Moment die erste, so wie es aussieht, ne? Metall, es wird auch von Metall 3 Ausbaustufen geben. Und deshalb werde ich mir die nicht doppelt bauen. Ob das gut oder schlecht ist, wer weiß das schon. So, jetzt, wenn ich hier die ein bisschen gebaut habe und mein Tech-Level steigt, das seht ihr hier unten an diesem rosa Balken hier. Gucken wir uns mal an. Ich habe gedacht, ich könnte schon noch ein bisschen mehr forschen. Geht aber nicht. Außerdem habe ich mit 16 Research Points eh keine guten Karten. Gut, was machen wir noch? Wir warten jetzt, bis die Füße da sind. Das Bein klebt. Das ist ja jetzt der Fall. Wo ist es denn hin? Ach, da oben. Also, jetzt kann ich auch noch besser springen. Das ist ja super. Und vor allem, und das ist das Beste, das seht ihr da drunter, der Fallschaden wird verringert. Das finde ich super cool. So, was jetzt aber passiert ist, das Ding ist jetzt, jetzt sehen wir ja schon ein bisschen futuristisch aus, ne? Das Ding braucht jetzt Energie. Und wir gucken uns das da oben mal an. Also, wir sind jetzt bei 98. Und je weniger ich mit dem, ähm, mit dem Suit anmache, dann geht halt einfach die Energie weg. Energie kriegen wir unter anderem über die Batterien. Und die werden halt dann irgendwann leer sein. So, ich gehe hier hin, weil ich mag Blumen und werde mir die Blumen holen. Acht Stück, hieß es ja, brauche ich. Ja, komm, mit einsammeln. Ich werde auch keine einzige mehr holen, weil eigentlich geben die Blumen hier unten schön Licht. Jetzt habe ich natürlich sieben, ne? Ich brauche acht. Are you kidding me? Na gut, dann gehen wir nochmal nach oben. Aber, also, ich werde jetzt die Energie verbrauchen. Aber ihr seht natürlich jetzt, der, der Suit leuchtet. Das ist mir natürlich in allen Bereichen relativ lieb. Ähm, auch weil die anderen Kreaturen natürlich lichtempfindlich sind. So, wir gehen mal raus. Da ist so eine schöne, äh, so eine schöne Blume direkt vom Haus. Die will ich gar nicht. Welche mache ich denn, Blatt? Das hier sind Glühwürmchen. Das ist auch spannend hier rechts. Das heißt, ich werde mir die mal holen. So, acht Blumen. Ach, wie süß. Dafür stirbst du, weil du auf mich geschossen hast. So, rein damit. Und jetzt werde ich mir hier einfach, ähm, die Boosters holen. Da unten habe ich fünf, aber ich muss zehn Stück herstellen, ne? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann haben wir das schon mal. Ich weiß, es gibt immer zwei, aber dann, äh, ah, jetzt haben wir den Tag. Task Completed, aber dann haben wir wenigstens mal ein paar, ähm, diese Schnellheilung ist ja gar nicht schlecht. So, Task Completed heißt, ich habe eine neue Message. Was? Ich habe eine neue Message. Wo kommt denn die her? Das ist das Log. Und hier hinten haben wir sechsmal Story. Das kennt ihr ja schon. So, das hier habe ich einfach, ähm, hinbekommen. Okay, äh, denken wir mal lieber nicht drüber nach. Okay, ich kann das nicht stoppen. Das ist immer noch ein Fehler. Also, der erzählt jetzt den ganzen Kram nochmal. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Was wollen wir noch machen? Wir können nicht mehr, ähm, viel im Moment machen, weil wir keine Research Points haben hier drüben. Wir können nichts Neues erforschen. Äh, wir können aber mit dem Suit, den wir jetzt haben, wieder ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit, also warum sollten wir nicht nochmal losgehen? Ähm, nehme ich noch was mit? Ne, ich habe, glaube ich, alles mit. Und dann drücke ich auf die Acht und lasse mich dahin zurückversetzen, wo der Beacons steht. Und das geht leider nicht mehr. Zu lange gebraucht anscheinend. Ach, wie schade. Ja, na dann, äh, dann gehen wir mal wieder los, oder? Müssen wir halt leider alles nochmal gehen, aber wir sind jetzt ein bisschen besser ausgerüstet. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. So, und diesmal könnten wir ja eigentlich auch mal ein bisschen unten in die Höhen gehen, oder? Was sagt ihr dazu? So, hier wachsen die Wines nach. Das ist schön. Ich glaube, diesmal gehen wir ein bisschen unten in die Höhen und bauen mal ein bisschen was ab und gucken mal ein bisschen und freuen uns des Lebens und sterben hoffentlich nicht zu früh. Ähm, ja, wisst ihr was? Jetzt gehen wir mal hier runter. Da, wo wir eben waren, wo wir uns gar nicht wohlgefühlt haben, da gehen wir jetzt nochmal hin. Wir wollen ja was erleben. Und du stirbst. Also, wir gehen jetzt hier runter. Wir erforschen mal die Höhle. Es ist ja relativ in der Nachbarschaft. Dann erforschen wir jetzt mal ein bisschen die Höhle. Hm, ach, das geht nicht. Okay, ich dachte, ich könnte eine Fackel auf die Wutten Plattform setzen. Kann ich aber nicht. So, die tun mir alle weh. Deshalb mag ich die gar nicht. So, dann springe ich mal hier hin. Das ist aber nur so ein Vorsprung. So, das Heilen geht jetzt natürlich auch irgendwie besser. Da unten liegt meine Flair von eben. Das ist ja süß. Kann ich noch ein bisschen rauszoomen? Ne, ich bin schon. Doch, ich glaube, ein bisschen geht. Also, das hier unten ist mir ja einfach viel zu wild. So, wo will ich lang? Links oder rechts? Ich glaube, ich versuche es erst mal links. Aber da ist nicht so viel, oder? Also, um nicht zu sagen, gar nichts. Ach, diese Booster-Boobs. Cool. So, du bist doof. Tust mir weh. Da ist Thea. Eine ganze Menge Thea. Und da hinten... Ach, ne, da hinten war einfach mein... So, dann gucken wir mal. Da komme ich jetzt mit den Booster-Boobs drüber. Und dann ist hier auch Schluss. Hier habe ich mich eben hochgegraben. Da sind noch meine Treppenstufen. Dann geht es hier weiter. So, was haben wir denn hier Gutes? Hier haben wir... Sand. Hier haben wir Eisen wahrscheinlich. Kupfer. Bin hier schon fast versucht wieder. Und das hier ist Kohle. So, haben wir ein bisschen farmen. Wo bin ich denn hier? Bin ich hier wieder an der Oberfläche? Fällt mir gerade ein. Ist das hier mein Abstieg von ganz oben? Ich bin wieder an der Oberfläche. Ach, dann laufen wir erstmal ein bisschen weiter. Dann farm ich erstmal gar nichts. Dann gucken wir lieber, ob wir noch irgendwelche anderen Sachen finden. So, hier müsste ich jetzt ja überall gefahrlos lang können. Hier war ich ja schon mal. So, und einfach aus Prinzip... ...setze ich den hier mal wieder. Habe ich mich tatsächlich wieder an die Oberfläche da eben gegraben in der Höhle. Die war gar nicht so gravierend. Das hier wird auch alles Kohle sein. Ja. Also wir gehen irgendwann auch mal wieder wirklich minen und farmen. Aber nicht im Moment. Im Moment finde ich eben viel spannender sowas hier zu finden. Ein bisschen näher heran. Damit ihr was seht. Ja, und ich kriege anscheinend Holz und Fackeln. Mords Kartoffeln. So, hier geht es immer weiter. So, meine Energie ist noch auf 70. Das ist erstaunlich. Ich dachte, das geht viel schneller. So, dann gucken wir mal weiter. Also, wir haben ja dann nachher irgendwann den Endboss da gestört. Der hat mir ja seine Schergen geschickt. Da bin ich mal gespannt. Also, das würde ja heißen, wir sind schon in der Nähe dieser sagenumwobenen Stadt gewesen. Mal gucken, ob das wirklich so ist. So, hier drüber. Vorsichtig. So, hier bin ich runter. Ne, wollte ich nicht. Ich wollte hier weiter. Na, wir bleiben mal an der Oberfläche. Was ist da unten los? Da brennt's. Na gut. Passiert mich im Moment auch nicht. So, hier kann ich aber natürlich auch mit diesen fantastischen Schuhen da hoch. So, hier bin ich gestorben. Und aus Prinzip will ich das Zeug erstmal wieder haben. So. Und dann gehe ich einfach mal weiter. Mal gucken, was hier passiert. Hä? Hä? Ist das ein Eingang von der Höhle oder was? Wie weit kann ich hier? Ja, das ist ein Eingang von der Höhle. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will an der Oberfläche bleiben. Aber wo ist die? Hier. Muss ich mich hier hochgraben, oder? Ja, tatsächlich. Hier oben geht's weiter. Und hier geht's auch wieder runter. Kann ich den schon wieder setzen? Ich hab diesmal keine Lust zu graben. Jippie! Ein Megafall. So, und das war doof. Das war doof. Okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich mich eben hochgegraben habe. Also, das ist nur einfach eine andere Passage. Ähm. Ähm. Wo bin ich denn da gefallen? Hier. Ja, hier. Okay. Also, auch nur eine relativ kleine und egal Höhle und nichts dran zu erkennen. Dann geh ich doch lieber hier weiter. So. So, ein bisschen gucken. Was hab ich oben noch? 62. Also ein bisschen vorsichtiger. Aber nicht viel. Wenn's mich erwischt, erwischt's mich. Ich will was entdecken. So, ich weiß, dass ich das jetzt hinbeden. Okay. So, ich h Jesús. So, ich Héör, das ist das, das ist das, das ist das, Vielen Dank.